hallo und herzlich willkommen haben bei ein tag als kleingärtner ja ich will euch heute noch mal zeigen was wir heute noch im garten so vorhaben und zwar haben wir hier unsere sitzecke wo wir im sommer nachher schön immer sitzen und ich zeige euch mal kurz den überblick das ist hier das ist schön abgetrennt durch die gartenmammusse hier haben wir ja so einen kleinen zaun so dass wir hier so ein bisschen ungestört sind hier grillen wir auch und ja verbringen ja bis spät in die nacht die abende hier und es ziemlich schattig ja zu einen haben wir hier oben ja unser kirschbaum dann haben wir hier unsere kunifern hecke ja die bis hinten bis zu den weinen hinten hingeht und ja die sonne geht ja auch praktisch hier auf und läuft praktisch hier lang das heißt den ganzen vormittag ist hier sozusagen schatten und ja ist ziemlich schattig hier sozusagen die ecke ja und dann haben wir uns vorgenommen dass wir hier funkieren in diesem beet reinsetzen das wollen wir heute machen und zwar haben wir hier die sorten eleganz franzee aureomaginata blumammut und elefant ne abiqua elefant ias tja selbst bei den funkieren haben die wieder richtig komische namen also diese pflanzschilder haben uns selbst gemacht und ja damit wir eben halt die sorten eben halt nicht immer verwechseln beziehungsweise ja ihr wisst schon warum ist alles nur für mich gemacht so hier sind die funkieren und die werden wir jetzt hier in diesem beet so weit es geht einsetzen ja viel spaß ja wo hast du dir denn her die ja ich war ja noch mal auf der suche immer so ein hoster freund ich finde die ja mal sehr faszinierend die pflanzen also wenn ich es über so hoster höre denn dann denke ich man kostet die ja mal so die immer so einen hübschen schmuck und blühen ja auch sehr hübsch und sind total fliegeleicht kommt wenig wasser aus gerade optimal für die schatten ecke hier ja und mal gucken ob die das hier mögen da bin ich ja mal gespannt ja ich glaube ich schon machst du beschriftest du gleich ja also die haben wir beschildert das haben wir für mich getan damit ich euch beim nächsten garten rundgang ja die sorte auch vorstellen kann ja wir haben die ja wie gesagt bei ebay haben wir die da oder hast du sie ersteigert und da sind wir immer so ein bisschen skeptisch was auch die die der name eben halt ist oder beziehungsweise die sorte weil man kann es nicht glauben aber es gibt noch leute die haben noch eine schreckliche schrift als meine frau oder hat sogar selbst meine frau gerätselt eben halt das ist was es da ist die hatte so viele verschiedene die sie ja da züchtet ja also ich glaube die weiß wahrscheinlich selber gar nicht was sie da losgeschickt hat naja gut aber man kann ja hat ja erstmal anhaltspunkt von den schildern was sie gesendet hat und so machen wir das nächste schild und das gute ist diese schilder die halten wirklich ich habe da schon welche diesen drei jahre alt und also für die dritte saison und das soll schon was heißen finde ich persönlich ja gut da haben wir es jetzt vorbereitet dann kommt das rein und dann ich mich ganz toll und dann kann das mich abgleichen mit dem bild das auch wirklich die richtige sorte ist ne ticktiefer müsstest du noch so viel zu unseren bambus ich finde dass du mich immer eine gute sache ja dann haben wir die jetzt sozusagen einmal komplett bestückt werden jetzt noch angegossen das brauchen wir euch ja nicht zeigen auf zum nächsten projekt so wir mulchen jetzt die erdbeeren wird schon gerade sagen wir kartoffeln das machen wir um eben halt wenn die früchte gebildet sind dass wir dann dass sie nicht stimmen dass ich keinen direkten kontakt zum boden haben sondern dass sie so ein bisschen luftig und flockig in der luft hängt genau ja toskanischen palmkohl ja ich zeige euch das mal kurz den habe ich jetzt hier im gartencenter gekauft den habe ich gesehen ich war eigentlich wegen was ganz aneinander aber und das sind jetzt zwölf pflanzen alle zwölf werde ich nicht benötigen aber wir wollen die einmal in einem beet auspflanzen und einmal in solchen töpfen ja der palmkohl ist ein mittelzerrer und wir haben das immer so dass wir hier ein gemischt von kudung und hornspäne mit reinmischen ja damit er ordentlich kraft und nahrung bekommt das ist nicht viel was wir reinhauen weil wir ja das jahr über mit brennessel jauche und mit anderen jauchen noch ja düng werden so das müsste reichen ein klein wenig das wird jetzt einfach da unter gemischt dass er in verschiedenen bodenebenen seine nahrung und seine nährstoffe bekommt so insgesamt werden das diesmal drei stück drei stück und so zum einpflanzen machen wir einfach die untersten oder mache ich einfach immer die untersten blättchen ab die schmeiße ich dann auch hier rein als dünger ich und wenn ich einfach eingesetzt ein bisschen fest gedrückt und mit erde zugedeckt also leicht kräftig ein bisschen andrücken so das müsste jetzt eigentlich reichen so jetzt haben wir unsere drei tüpfchen fertig jetzt wird es noch beschriftet und dann wird es an unseren ja standort für unsere töpfe eben halt hingestellt ja mal gucken ob das was wird oder ob die schnecken uns das bis nächste woche weggefressen haben schauen wir mal ja und hier ist jetzt unser palmkohl neben dem knoblauch frostiert in den töpfen ja dann schauen wir mal was passiert jetzt beschriften gleich noch mal den heutigen datum und warten ab was passiert so der palmkohl soll natürlich auch noch in ein beet von uns dafür setzen wir ihn hier in reihe in diesem bild hier praktisch da wo hier der zollstock liegt praktisch hier einmal lang ja wir haben jetzt berücksichtigt dass die sonne eben halt mittag praktisch dasteht das heißt der palmkohl würde sozusagen praktisch nur ein wenig auf das nachbarbeet schatten werfen aber alles was jetzt hier vorne ist in diesem bereich steht weiterhin in sonne so immer zu sehen wie ich das hier aussehe ich nehme ein pflanzabstand von also zwischen 30 und 60 zentimeter soll der pflanzabstand sein in der reihe und wir benutzen 40 zentimeter ich glaube das ist so ein schönes mittelmaß dafür nehme ich mir so einen alten zollstock der abgebrochen ist und gehe ungefähr so die die fläche eben halt bei dass es so ungefähr ist so wie viel kriegen wir rein eins zwei drei vier und hier hinten ist der fünfte so nehmen wir den palmkohl raus und dann geht das ab in die erde immer so kleinen gießrand praktisch hier ringsrum dass das wasser nicht gleich sozusagen abläuft oder wegläuft von der pflanze ich gebe es immer hier die unteren blätter so ein bisschen ab damit die nicht unter der erde nachher gammeln so ein bisschen andrücken alles und mein gießrand ein wenig und dann geht zwar da sind wir auch gleich durch das war es soweit jetzt wird noch ein bisschen angegossen und ich streue da immer noch ein bisschen erde drauf oben drauf weil es ja doch mal ein bisschen absackt dass wir es so ein bisschen gebunden kriegen ja das soll es gewesen sein mit einem palmkohl den haben wir jetzt in einem pflanzabstand von 40 cm hier an unserem beet ausgesät damit ihr wisst wo in welchen bereich des gartens ich mich befinde hier hinten ist der legendäre spargel von uns danach ist das beet wo wir schon einige sachen ausgesät haben was auch schon gekeimt ist und so langsam zum vorschein trifft hier ist der palmkohl an der rechten seite hier vorne sind auch schon ein paar blümchen gesät worden und jetzt haben wir praktisch noch die noch ungefähr drei drei reihen ne noch zwei reihen die wir jetzt noch verwenden können um eventuell andere sachen hier noch auszusehen und hier soll später nachher unser folien tunnel hin wo wir verschiedene kohlsorten oder eine kohl sollte müssen wir mal schauen was wir genau da aussehen ja auspflanzen können ja das soll es gewesen sein mit dem palmkohl bis zum nächsten mal